Daniel und Kitty verpassen Klassikern und Mythen einen neuen, ganz persönlichen Anstrich. Sie lassen Idole und Genres neu auferstehen, denn Nosferatu, King Kong oder Tarzan sind unsterblich auf Zelluloid gebannt und auch in den Köpfen der Zuschauer verewigt. Ich habe die auch gemacht, um zu zeigen oder die Frage aufzuwerfen, wer stärker ist, der Film oder der Mensch, oder wer wen stärker beeinflusst. Ich komme ja ursprünglich aus Amerika, wo Hollywood ja super präsent ist, mal als kleines Mädchen schon mit den ganzen Filmstars extrem konfrontiert wird. Und da habe ich teilweise das Gefühl, dass die Menschen blasser sind als der Film, deswegen sind die Menschen in meinem Set auch blasser. Aber die Frage besteht trotzdem, ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es wirklich so ist oder nicht.